Hier stehen Sie im Endkampf, der Männer ablasten 74 Kilogramm gegenüber, in der roten Linke und in der kuren Linke Jannik Gerdt Amenhoff-Pellwey, der Kapitel bei drei Runden, acht, drei Minuten. Ringfrei Runde eins. Ruhig! Schlimmer! Hey! Super! Schreie! 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 Aufwärts, aufwärts! 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 Juppa! 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 Ja! 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 Für den nächsten Kampfverein sind mit der Vorwarnung Vanim Geiger, Dörd und Mückele und Andreas Meier ist von Windeln. Ringfrei Runde 2. Runde 2,0! Neh! 2,0! 2,0! Duppa! 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 Ja, das ist mein Liebes! Hk4 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 Hk1 Hk4 Komm! 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 1! 3! Komm! 2! 1! 2! 2! Und noch van je? Komm! 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 Kommt, komm! Kommt, komm! Kommt, komm! Wir lassen uns auf Korall! Aggressiv! Komm, Korall! Komm, komm! 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 Brieb frei zur dritten Runde. 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 Ja, ja, ja! Applaus 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 Und hier das Urteil Sieger nach Punkten und Kreismeister 2014 Rote Ecke Applaus 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 Vielen Dank.